Na, was haben Sie am Wochenende gemacht? Den Grill angeworfen, den Garten auf Vordermann gebracht, eine Radtour? Oder waren Sie vielleicht in einem Kletterpark? Das ist ja auch nicht schlecht jetzt bei dem Wetter, wenn es nicht zu warm ist. Und damit wir da auch sicher klettern, kommt regelmäßig so eine Art TÜV für Kletteranlagen vorbei. So auch jetzt am Wochenende im Waldkletterpark in Fellbad-Langenberg. Und da wird wirklich jedes Seil und jede Sicherung mit Argus-Augen überprüft. Hektik im Lagerraum. Holger Vohwinkel und Pierre-François Marteau müssen sich beeilen. Der Prüfer kann jede Sekunde kommen und er wird alles unter die Lupe nehmen. Es wird bestimmt was gefunden. Dadurch, dass wir jetzt so viel selbst gebaut haben, selbst installiert haben, dass wir uns mit einer guten Grundlage gebaut haben. Wir haben uns viel Information vorher eingeholt. Aber man sich natürlich nie ganz sicher sein kann, ob es tatsächlich so ist. Nicolas Morel legt sofort los. Der Prüfer ist extra aus Frankreich gekommen. Als erstes spielt er Dschungelkönig und testet den Tarzansprung. Für Parkchef Pierre-François Marteau ist das ein besonders wichtiger Moment. Wenn der Prüfer hier jetzt gravierende Fehler findet, kommt der ganze Zeitplan durcheinander. Was merkt der Prüfer da jetzt an? Er sagt, das Sicherungsseil verläuft durch das Netz, durch eine Masche. Wir haben schon 2 Maschen nach rechts verschoben. Und der Seil ist schon eigentlich gut, aber es wäre noch besser, noch eine Masche weiter nach rechts, dann sind wir gut. Das heißt, wir müssen jetzt das halt wieder losmachen, in die nächste Masche und dann ist es okay. Also nur eine Kleinigkeit. Aber Verletzungen könnte sich der Chef in seinem Park auch nicht leisten. Deshalb müssen jetzt die Handwerker ran. Wir waren am Anfang fürs Grobe da. Und jetzt sind wir für ein kleines Schiff da, damit wir dann auch die Abnahme bestehen. Der Prüfer Nicolas Morel schaut ganz genau hin. Er hat Erfahrung, und klettert in Parks auf der ganzen Welt und prüft. Davon kann auch Pierre-Francois Marteau profitieren. Kletter-Parks wurden eigentlich in Frankreich erfunden, Mitte der 90er Jahre. Und deswegen ist der Erfahrungsschatz in Frankreich wirklich erheblich größer als in Deutschland. Also der Prüfer hier, der verbringt, ich glaube, die Hälfte seiner Arbeit als Prüfer macht er in Kletter-Parks. Und er hat also eine Erfahrung, das geht viel schneller. Der kann auch, ich meine, ein Prüfer ist nicht nur einer, der sanktioniert und der sagt, geht oder geht nicht, sondern es ist auch jemand, der uns Empfehlungen gibt, der uns auch zeigt, der auch Probleme löst. Aber der Prüfer notiert auch jedes Detail. Jetzt ist Augenmaß gefragt und der Chef muss mit ran. Ich hänge gerade im Seil, damit man messen kann, wie viel Durchhang der Seil hat. So, dass ich halte, bis er sieht, dass das Ende vom Massband in einer Linie ist, mit beiden Enden vom Stahlseil. Und so kann ich messen, dass der Durchhang genau 49 cm beträgt. Während die anderen messen, bessert Holger Vohwinkel schnell noch etwas aus. Wenn Sie jetzt hier durch den Park gehen, fällt einem dann doch immer noch überall irgendwas wieder auf? Ja, das geht aber die ganze Saison so. Es ist immer so, dass man, wenn man mit wachen Augen durch die Anlage geht, immer was findet, was einen stört. Aber das ist auch der Job. 12-Stunden-Tage sind momentan normal. Denn Pierre-François Marteau und sein Team vergrößern den Park. 24 Kletterelemente kommen dazu. Teilweise in schwindelerregender Höhe. Für einen Teil der Besucher, die suchen den ultimativen Kick, unsere Adrenalin-Junkies, die wollen halt immer höher, mehr und weiter. Und für die haben wir halt den Extreme Parcours speziell gebaut. Der soll von unten auch schon ein bisschen abschreckend ruhig wirken, dass halt jeder weiß, okay, hier wird's anstrengend, hier gehe ich an meine Grenzen, kann ich aber vielleicht auch Grenzen überwinden. Dann der finale Testsprung. Er hat gesagt, so ist wunderbar, so ist perfekt. Er sagt, als er das probiert hat, das erste Mal, bevor wir das feinjustiert haben, war das ein bisschen kritisch. Man kam sehr nah halt an diese Platine. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Pierre-François Marteau und sein Team haben das OK aus Frankreich und dürfen pünktlich eröffnen.